also mit dem ergebnis von 83 prozent zu 17 haben 83 prozent nein gestimmt schade eigentlich ne verarsche ich fahr jetzt gerade auf dem brocken ich bin jetzt gerade losgefahren ist jetzt keine ahnung spät 1848 ist es 35 kilometer sind es auf dem brocken lassen wir uns wohl überraschen wie weit ich komme was meine kräfte sagen und vor allem wo ich dann schlafe aber da wird sich schon was finden ich werde mich dann in kürze noch mal melden also ihr seht das ja innerhalb von einem cut aber bei mir wird es ein bisschen dauern wenn ich entweder ein kurzes päuschen machen muss weil es einfach so dermaßen steil ist oder wenn ich auf dem brocken bin mal schauen wir sehen uns bis gleich